hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge downstarve shipwrecked mal gucken wo wir diesmal starten ob er wieder irgendwas zurückgesetzt hat nein alles so wie vorher und nach drüber sind was ist jetzt so snake skin papyrus ach ich will es ja nehmen ein hut die blumen bummerang so ja kreis davon können wir brauchen papyrus brauchen wir nicht den bummerang würde ich jetzt auch nicht so gerne mitnehmen na hat sich fast gelohnt lass uns mal hier ein bisschen holz abhacken dafür werde ich jetzt auch nicht weiß nicht was der querfen das brauchen wir nicht so da 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 aber ich kann jetzt essen und essen so ich erkund noch mal die insel ein bisschen weiter hier hier gibt es hier irgendwas noch gutes zum essen solidarbären perfekt oh Schlange was wir jetzt nicht haben die Schlange so es gibt sehr 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 viel stein wie ich es wie wir da da ist es inhh da sind die Dinger hehehehehe ahahaha das ding hier folgt mir jetzt runde oh 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 aber die geben gut sachen her fleisch perfekt so das dürfen wir jetzt nicht so essen das müssen wir gleich über dem feuer braten wir töten noch einen zweiten oh da sind diese komischen fischfischer wir machen schaden ja aber auch tot mal machen wir oben feuer erstmal kochen ach was die schlange noch auf uns will die wollen mich abfacken dinge lass mich in ruhe aber ich will es essen aber das macht satt auch noch rein pfeifen ach weil ich nach ich will es eigentlich gar nicht essen na sei es drum so diese toll birds sie sind ziemlich eklig weil die verbreiten sich sehr schnell da muss man die population immer gering halten geringe population so ich laufe noch irgendwie andere sachen rum diese komische fischmensch glaube ich ist das wenn sie darauf wird nein doch da ist er so und es wird tag es war jetzt los oh der will mich haben der mag mich nicht die sind doch relativ stark das ist noch so ein toll bird aber den treffen wir auch mal direkt an so ach den stroh brauchen wir nicht erstmal hier lieber ein bisschen essen sammeln auf jeden fall wissen wir wo hier ganz viel gold ist kochen perfekt das gibt es auf jeden fall haben wir jetzt erstmal noch genug essen vomgern werden wir auch nicht also aber es ist gar nicht so schlimm das ist noch na ok das passt aber auch ganz schön weitläufig diese marktmann landschaft ja so ein bisschen so ein kleines bisschen weitläufig doch ganz schön grisig hier mann das angucke diese furzfontäne wieder na pfu pfu oh ne die vergiften mich ach nein nein bitte nicht ich glaub's nicht ich glaub's einfach ich glaub's doch nicht tja haben wir jetzt ein problem wa ach leck mich das ist das ist sehr 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 dringend tja das wird ein spaß das ist das ist das ist das ist das ist rascheln irgendwo was irgendwo hier kommt rascheln irgendwas los da perfekt 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 jetzt noch nein ich brauche Schlangengift hier hinten wo 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 auch nicht ich brauche Schlangengift was ganz trinkt Schlangengift scheiße meh meh das ist komisch aus dem Baum nein oder was ist das für ein Baum ein ganz normaler Baum okay da die brauche ich die brauche ich brauche diese Schlangen diese Giftinger da da hat er nicht getroppt man ich brauche diese Giftinger ich brauche jetzt Gift ich brauche jetzt Gift ja ja Gift super 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 muss ich mal essen ähm dann Ah verdammt ey Ich seh Gas Müssen wir alles auf dieser Insel bauen Geht nicht anders Oh ich brauche hierfür Gold Hab ich eine Spitzhacke mit? Spitzhacke hab ich mit oder? Ich hab keine Spitzhacke Spitzhacke, 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 Spitzhacke Ja super, 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 super Oh das ess ich mir lieber Trink Leben Ablegen Oh scheiße, 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 scheiße Ähm Brauch Gold, da ist West Gold, da ist Gold, da ist Gold, da ist Gold Nicht Rock Oh Goldnugget So Goldnugget, Goldnugget So schaffen wir, schaffen wir schon Schaffen wir zu überleben, komm schaffen wir Lagerfahrer Lagerfahrer Lagerfahrer, Lagerfahrer So, 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 so So Was brauche ich jetzt dafür? Ich brauche jetzt dafür noch Holz und Steine Steine sind hier Ablegen Ähm Steine Eins Zwei Drei Drei Vier Axt Hab ich hier Okay 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 Jetzt nicht die Panneker fallen Ich bin die Panneker fallen Bauf vier Holz Okay 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 Now Bombe hier Baum, ba 사용, baun, burs welch hachchchchä uma Soo Und Jetzt brauchen Die brauchen wir aus den Seegras, dreimal Seegras unser boot ist da unten gut dreimal sehgas nehmen dann zurück und dann ist alles super dann ist alles super los wer tag wer tag schützt mich drauf warten unglücklich scheiße scheiße ich bin die sternen ah man ey wieso müssen wir uns vergiften scheiße 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 okay schaffen wir schaffen wir schaffen wir schaffen das ist unser boot da ist unser kaputt los 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 komm 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 leidung 1 nein 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 ich brauche es nur sehr groß 2 3 so jetzt schnell zum boot oh schnell hoch hier hoch hier hoch hier da ist oben einfach durchfallen muss schaffen wir schaffen wir los ja komm easy okay 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 das durch da scheiße los 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 wo ist es gerade so scheiße 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 wir haben überlebt mit ganz wenig werde ich jetzt mal schätzen mann 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 also das war jetzt wirklich ich bin mal vorschlagen wir machen jetzt hier ist mein kleines lager ist ein provisieren kann echt nicht sein lager zu weit entfernt haben ist einfach nicht gut so steine ja hey ist feier und wind dort nix schön ist auch so dass bei wind das feuer schneller ausgeht verspannende folge bisher auf jeden fall schau mal ein so kochen fleisch geht auf jeden fall gut besten ist aber jetzt wirklich noch ein paar blumen blumen sammeln hier you back off schlange hier sind aber evil flowers diese bäume wenn man die hackt geben die diese verfluchten baumstänge damit man später diese ganzen schatten dinge bauen kann schatten manipulat so hier sind jetzt die bienen die brauchen die noch wir brauchen die blumen na ok wie viele blumen haben wir jetzt 13 na ok wir breitzen leben dazu immerhin etwa ach da sind noch ein paar blumen jetzt hier auch noch ein paar blumen da ist unser improvisiertes lager auch mal wieder ein bisschen Feuer reinmachen, kurz kochen, Pilz, essen den Pilz und die haben wir wirklich etwas leben wieder so nächstes ziel wird jetzt sein das hier oben jetzt mal warten bis wir warten bis es mal nacht wird kann noch ein bisschen dauern ich will ja nicht die schon abmachen aber I can't dig it noch nicht ich bin schon gespannt was es wirklich mit den nächsten updates gibt es schon auch nicht so Lava überall Lava Ausbrüche vielleicht auch noch irgendwelche unterhörschen Lava Höhlen ich war wirklich gespannt ich denke ich will pack the night das ist ein Fenster Axe das ist mach mach ich das war waffe mach ich die sagt mach ich die finden gut tricks it's a bunch of small tricks nicht fix also springen die diese aus tricks wie zmarke weiß ich gerade gar nicht so und wir gehen jetzt erst mal zum boot also merken wir uns diese video ja diese folge löcher dinge da von teen sind witzig zum echten leben aber sie werden nicht auch vergiften wie möchten leben also dass hier glaube ich ein wenig tötig als wäre es im echten leben passiert ja ja müsste gleich fahrtholz heißen hier auf geht's auf geht's vielleicht wird das hier auch mein zweites lager so zwei lager damit ich mal pendeln kann bisschen erkunden hier bisschen erkunden da als erst mal kurz noch zum anderen wie dieses komische sumpfge- ach nein saß oh was haben wir denn hier oh nice nice ich glaube wir haben erst mal kein essensproblem mehr das ist vielleicht so eine art goldgrube hier goldgrube mit essen oh hammer hammer oder so viele ja manche ist wirklich so weil in der staff sind da können solche sachen einen wirklich das verderben bringen weil man jetzt halt zu denken und ich will noch eins und noch eins sammeln und dann achtet man auf bestimmte sachen und man ist tot einfach so ganz schnell noch eine und noch eine und noch eins hoi 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 fast so viele so direkt bisschen heu sammeln ok das bräuchten wir eigentlich nicht essen wir mal die engel hier auf das ist eigentlich immer wichtig ok sollen wir noch ein paar hiervon bevor wir weitergehen 26 dinger mann 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 das ist geil und zwar so ziemlich so 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 aber mal kurz gucken so wo ist das boot allerdings was uns auf der nächsten insel beim nächsten schatz erwarten wird das erfahrt ihr in der nächsten folge tschüss so